Ja, ich freue mich sehr, dass unsere Premiere super geglückt ist. Viele haben sich beteiligt bei der Auslosung zur Teilnahme nach Schleißheim. Voraussetzung war natürlich, dass Sie ehrenamtlich aktiv sind und dafür einfach ein ganz ganz herzliches Dankeschön. Da sind Sie schon auf der Gewinnerseite, auch wenn Sie heute nicht dabei sein sollten und nach Schleißheim gelost werden. Sie sind auf alle Fälle Gewinner der Gesellschaft. Vielen Dank für Ihr Engagement.